Hallo, liebe Freunde, ich habe jetzt eine neue Idee für die Wörter, die mit dem Te'a Marbuta enden. Wir haben Wörter, die männlich sind, andere Wörter, die weiblich sind. Es gibt weibliche Wörter, die mit dem Te'a Marbuta enden. Das Te'a Marbuta ist hier die weibliche Endung im Ägyptischen. Und manche wollten so eine Liste für diese Wörter. Ich habe es so gemacht, da habe ich so eine Tabelle gemacht jetzt und du findest hier ein Bild, das Wort auf Deutsch, das Wort auf Ägyptisch-Arabisch. Und natürlich wie immer mit den arabischen Buchstaben mal, mit den rheinischen Buchstaben mal. Und ich habe dann die Possessiv-Endung angehängt und du lernst auch die Mehrzahlform von dem Wort, weil die meisten Wörter unregelmäßig sind, ja. Und deshalb dann spare ich für dich ein bisschen die Zeit, dass du diese Wörter besser lernst, ne. Und natürlich alle sind hier Videokurse, dann kannst du die Wörter öfter mal lesen, sehen und mich hören. Dann kannst du auch genau wissen, wie die Wörter ausgesprochen werden. Damit ich dir meine Idee besser zeigen kann, brauche ich dafür meinen PC. Vor der Kamera kann ich das leider nicht zeigen, deshalb komm bitte erst mal einfach mit, ja. Bis gleich. Hallo, liebe Freunde. Das ist das erste Video. Brille heißt Naddara. Meine Brille Naddarti. Mehrzahl Naddarat. Naddara. Naddarti. Naddarat. Naddata. 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 oder nur bilder heißt so meine bilder dann ist sorry dann noch mal ein bild sura sorti und bilder heißt so meine bilder dann sorry und hier meine bilder wenn mir zahl ist dann mit daralti, trabezalti, gezämi, otati, sovari, chokran, nasseret